Hallo, guten Tag, meine lieben Freunde, es ist Tag Nummer 18. Da ich heute eine Menge zu tun habe, und zwar mein Haus muss umgebaut werden, wir wollen einen Schatz suchen und wir wollen das Achievement, die ersten Diamanten machen, habe ich mir überlegt, dass ich euch ein bisschen mitnehme und wir mal ein längeres Video draus machen. Einige von euch haben mich eh schon danach gefragt und ich sage mal, wir probieren das heute mal aus. Ich muss auch sagen, momentan macht mir dieses Projekt wirklich mega Bock mit euch. Ich merke ja auch, dass vielen von euch das Projekt richtig gut gefällt und vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen coolen Kommentare in der letzten Zeit. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal genug geschnackt und begeben uns mal auf Schatzsuche, weil wir haben ja eine Karte gefunden und der Schatz ist wirklich nicht weit weg. Und vielleicht sind ja auch schon die ersten Diamanten drin, das heißt, es wäre um einiges leichter heute. Okay, 9, 9, hier müsste der Schatz sein. Okay, schade, leider keine Dias, aber mega viel Eisen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich würde sagen, daraus machen wir eine Rüstung. Okay, ich finde, wir sehen schon ziemlich schick aus, damit kann man arbeiten. So, langsam, finde ich, geht mir hier in der Bude ganz schön der Platz aus. Ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Zeitraffer und dann schauen wir mal, was ich aus dem kleinen Tiny House machen kann. Das Haus ist fertig und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Diamantenjagd. Ich grabe mich einfach zwei runter, Leute, nicht nachmachen zu Hause. Ah, direkt unter meinem Haus, eine Riesenhöhle. So viele Fackeln habe ich gar nicht dabei. Oh, Minenschacht, jawohl. Ihr bleibt mal hinter der Mauer, ich kann euch gerade nicht gebrauchen hier. Leute, eine Kiste. Ich mache sie auf, auf 3, 2, 1 und... Oh, keine Dias. Aber ein Goldapfel, naja gut. Und im Minenschacht noch ein Skelett-Spawner gefunden. Leider war hier auch kein Diamant drin. Oh je, hier geht es ganz schön runter. Ich glaube, hier unten werden wir fündig. Das sieht richtig gut aus. Okay, ich glaube, der Skelett und der Creeper, die verfolgen mich richtig auf den Fersen. Und ich meine, uuuh, mitten auf dem Weg sind meine Diamanten. Jawohl, Leute, Achievement geschafft. Schnell hier raus. Da oben ist mein Ausgang, ich kann es schon sehen. Ey, ich finde, das läuft richtig gut bis jetzt, oder? Außer, dass es halt draußen gewittert. Ich meine, eigentlich haben wir jetzt... Oh, noch ein Creeper. Wach, okay, was soll ich machen? Was ein Hinterhalt. Leute, nein, der erste Tod. Okay, bis vorgehen.